Herzlich Willkommen zurück bei Landwirtschaft Simulator 2015 heute wird er dabei der Smoker Servus so ich bin ja erstmal jetzt der Fall dabei hier mit Stroh einzusammeln mit dem Trend statt nur dabei du hast da vorne profizischen übersehen einzusammeln er versucht gerade es aufzusammeln ging nicht und dann stelle ich fest naja ich muss ja erstmal das wäre ein taktischer Vorteil auf welcher Seite ist denn eigentlich jetzt das allerdings denn der Gerät ist gleich voll der Gerät ist gleich voll ja er ist schon bei 77 äh warte dann jump ich mal schneller das ist der verkehrte wo steht denn der überhaupt dahinten so naja dann dat ich die gleich ab ist der Ruckett denn da so ich fahre jetzt auch gerade in der Außenperspektive da ist eben das Wissen da so wie uncool das muss doch in der Inpassung gemacht werden das sehe ich doch nichts ich weiß du sahst ja auch nichts du hast ja auch nichts das war's ja ich hab's genau das Nein, nein, nein. Du bist frei. Entschuldigung, ich fahr dann erstmal bitte zurück. Ich fahr mal wieder mein langes, langes Buch ein. Oh, jetzt aus. So, dann kann ich schon mal weitermachen mit dem Stroh. Ich fahr mal wieder. Ich fahr mal wieder. So, dann muss ich jetzt mal wieder zurück. Du bist jetzt mal wieder weg. Ja, ich fahr mal wieder zurück. Ich fahr mal wieder zurück. Ich fahr mal wieder zurück. ach schreiben vergessen ja 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 ich müsste ja aber wie doch alles gleich damit du da was einsammes das bin ich wieder schön ja ja zu sehen wo auf meinem kanal noch meinen kann er ist jeder dass ich nicht dran schuld doch doch ach youtube hat es gesehen du bist schuld kann man sagen wie du fährst ja doch nene was dahinten hier hinten in die richtung wo ich gerade fahre einige fitzl schon vergessen und zwar hier aber hier wo ich jetzt drauf stehe der freile guck's dir an da hast du geschlafen kein wundern wie du hier fährst das ist das ich brauche ein Gerät, das muss erstmal erfunden werden und das einzusammeln tsch tsch wieso bist du so gemein zu mir ich kann ja mal gemein werden puch was denn, was denn ähm, ach ne, ich erzähl's dir lieber nicht ach so, äh, ich bin ja voll scheiße ach nö, nix ich verhoch, hier hört die ganze Zeit tsch 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 das wollte ich jetzt auf immer noch mehr sagen tsch 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 t скаж tsch 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 x ab nicht schon wieder du machst du schon die ganze Zeit du fantasierst er er liegt noch auf dem Stroh auf dem Felder eine Menge Stroh das wollte ich den Sohnes und das nie ein ne geht nicht ich bin ja schon im Metraschort drin und da ist schon wieder Wuster Krüter bleibt zum Beispiel und sind andere Rückspiegel uns könntest du tun nun der vorliegenden und er ist schweckst du den Hänger? dich? Wollen wir den Motor wieder anmachen? Benzinsperren? Die Hupen, ey. Da ist ein Tun. Na, no. Klar ist der Kopf? Bist du leer? Ja. Kann ich den wieder weg formen? Sie könnt's den tun! Da hat 73% reicht das. Ja. die Trenzen ein 70 Prozent erster ein Länger West Lutz als zu schnell im Gruppen dann Träger sich sofort so weil ich seit wann bin ich in den plus zwei davon stimmte vor kurz jetzt erst mal der strölle Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020